Guten Abend, guten Abend. You are familiar with this building, the Vendla block, because you came here just recently. Die deutsche Bundesregierung hat sich ganz klar darauf verständigt, dass wir keine letale Waffen, keine Waffenlieferungen in Krisengebiete schicken, weil wir diese Konflikte nicht noch weiter anheizen wollen. Und ich glaube, das ist auch in diesem Fall der richtige Weg. Wir bringen uns in vielfältiger anderer Weise ein, weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir jetzt noch eine Chance haben, durch Gespräche, die jetzt endlich wieder stattfinden, die lange, lange nicht stattgefunden haben, eine friedliche Lösung erreichen zu können. Und natürlich nicht nur unsere Waffen, sondern auch alle Waffen von NATO. So, Lerisa, look, there are – the advantage of being in NATO is there are 30 Allies, so we can all assist Ukraine in our own way. Obviously, the United Kingdom has taken a view that lethal aid of a tactical defensive nature is something that the Ukrainians need, but we're not sitting in judgment over other countries. I think, with 30 Allies, there are plenty of assistances to go around. I think Nord Stream 2 is important. And I know the German Chancellor has talked about it being one of the areas that would be under consideration. And I think that if President Putin chose to invade Ukraine and all the consequences, that he should not be rewarded by Europe funding him any further. Ok. Hier ist ein ganzes Hebrew-Canad Ab insan.